So, Ausruhen brauche ich mich nicht. Mit dem Controller ist ausgegangen. Auch gut. So lange war ich weg, Leute. So, komme ich da hoch? Ich komme da hoch. Hier haben wir ein Echo. Uh. Oh, alte Verbindungen, neue Pfade. Nach langer Trennung treffen Zero und Maren einander wieder. Ein neues Gefühl der Bestimmung scheint sie trotz der langen Zeit zu einen. Irgendwie wirkt die Tür klein. Oder wir einfach nur sehr groß. Okay, hier haben wir den Laden. Schwester Taske. Hier können wir diese Rollen. Weckaufen, okay. Oh, hier können wir rumlaufen. Das war's. Oh, das ist ein Sender. Rebellenlackierung, weiches Leder, abgenutzte Metalle, harte Plastoide. Das Ding sieht irgendwie geil aus. Richtigkeit zusammenbauen. Gelassenheit. Okay. Okay. Hey. Hey, Jedi Knight. I am called Sister Task. I'm Calus. What of your arrival has spread quickly, noble one? Master Junda holds you in high esteem. Seer and I have been through a lot together. Jeddah is brimming with lost artifacts related to your order, among other traditions. Should you happen upon any scrolls or other objects of interest, I would gladly exchange some of the treasures I've unearthed for them. I'll let you know if I find anything. We are in your debt, noble one. Seer tells me you were trained in the Jedi Temple on Coruscant. Ganz kurz, Schwester Task. Schwester Task ist ein Mitglied der Anachoreten, eines religiösen Ordens, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Wissen zu bewahren. Up until I became Master T'Pol's Padawan. Then we went off to serve in the Clone Wars. Do you think of your life on Coruscant much? Sometimes, it's like a dream. And yet it is not. That life... It's so long ago. So much has happened since then. Most days, it feels like it happened to someone else. I think I understand a little. Thank you. It was not my intention to bring up bad memories. It's okay, sister. I meant to ask. You are curious to learn more about the masked hermits helping your mentor, hmm? I am. We are the Narcus Anchorites. We study and venerate the Force as it manifests through knowledge. You're scholars? We gather knowledge, much like other scholars, yes. But our labor is driven by the belief that knowledge expresses universal truth. Through wisdom, we seek to perceive the formless pattern of the Force. Do you understand? I understand describing the Force as a formless pattern. Although, that isn't my perception of it. Indeed. Nor do we experience the Force as you do, noble one. Noble one. Okay. Let's not go. You're the traveler. Have you found any systems outside the Empire's reach? Not that I have come across. There are countless ruins scattered across the high desert. One of them could be a perfect safe house for the path. Ein neuer Pfad. Nach ihrer Wiedervereinigung besprechen Sear und Merrin, wie der Pfad einen sicheren Ort auf Jeddah finden könnte. Wie komme ich darüber? Wie kann ich mich da? Wann hängen? Nee. Schade. Komme ich bestimmt noch zu. Jetzt will ich erst mal mit denen da unten reden. Ich muss ja alle da unten mal rumchillen. aber natürlich erst wenn ich mal ordentlich geguckt hab, ne? Ich würde sagen, wie geil wär's, wenn ich da dran einfach einen Wandlauf machen könnte. Ich glaube, Sie haben beide studiert Oysen's Lema. Ja, Frau. Ja, Frau. Ja, Frau. Dann vielleicht Sie will explain mir das Paradox des Ves Buches. Oysen explores die Antinomie der Enlightenment. Es ist ein Paradox über die inevitabilität des Ves Buches. Hmm. Enlightenment ist definiert als Ves Buches. Aber per die Kanons, zu sein Ves Buches ist zu 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 und zu und zu zu das Ich glaube, das ist klar. Oha, ist das eine Strafe? Ist das eine Strafe? Denise, mit der Arme. Wo geht's denn hier hin? Mitten in der Basis ist so eine Rolle. Okay. 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 was für eloquente gespräche da laufen krass noch eine rolle ich glaube da war ich da schon so dann reden wir mal mit also Maren können wir nicht reden ich denke wir sollten das High Republic Settlement erst sehen ja, lasst uns das herausfinden Dagon Gare war bereit, etwas hinterlassen bereit zu rollen, wenn du bist ich bin glücklich, dass du nicht durch diesen Sturm also, wie fühlst du dich wieder piloten die Mantis? wie bei dir zu Hause dann warum die langweite? es ist zu lange, meine Pilot-Instinkte sind alle weg ich weiß, wie schwer es ist, versuchen zu wiederholfen, die du auf die Seite ich glaube so, hm still, ich vergleiche immer von der Mantis ich denke, ich werde nicht schlafen ich bin glücklich ich bin glücklich ich bin glücklich ich bin glücklich okay, okay du bist ein guter Freund, Cal dieses neue Arm wird das Piloten ein bisschen anders machen aber ich werde da kommen ich hoffe oh, hey Seer oder Master Cordova hat die Antwort nicht ich spreche zu einem welche Frage? ich habe gar keine gestellt Seer Cordova sagte, dass er dich gefunden hat während er andere Jedi-Survivors das ist schwer zu glauben, dass wir uns wieder einmal nach dem ganzen Zeit könnte er benutzen das Glück als wir für die Holocron ich weiß Glück oder Glück ich bin glücklich mein Master ist hier mit uns ja ich bin glücklich ich bin glücklich ich bin glücklich von der Jedi-Legasie und behalte die Empire ich bin glücklich auf die Archive wir sprechen später die Archive ist aber es gibt noch viel zu machen ich werde dir zu das Cordova ah, Cal ich hoffe, dass wir sprechen über etwas gibt ein 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 in der des Norden des Norden ich besuchte sie vor meinen ersten Tagen auf Jeddah bevor die die Ämpire war ein ein von denen die 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 Also, meine Forschung war kurz vorhanden, wegen der Verkaufung des Imperiums. Jetzt ist es zu gefährlich, nach draußen zu entdecken, und wir senden Kommunikations nur, wenn absolut notwendig. Das ist warum ich nicht sagen konnte, dass ich zurückgekommen habe, meine Freundin. Meine Zinceres-Apologie. Wir sind nur glücklich, dass du okay bist. Bitte, lass mich wissen, wie deine Forschung der Forschung geht, meine Freunde. Na denn, ab zur Mentes. Wie sie sich einfach hier hin und her teleportiert, das ist... Wie die andere Tür dann einfach verschlossen bleibt, ne? So ein richtiger Bunker. Hey, Cal! Hold on. Ich habe das seitdem ich Freelancen begonnen habe. Es hat mich aus ein paar schlechte Situationen gemacht, und ich dachte, es könnte das gleiche für dich. Es ist Maren, oder? Ich könnte eine andere, wenn du denkst, du möchtest... Nein, Bode. Ja, du bist gut, okay? Okay. My Master always frowned upon using blasters. You once said it wasn't the weapon that makes you a Jedi. It's us against the galaxy, Cal. Wir brauchen alle Vorteile, die wir gegen das Empire finden können. Danke, Bode. Jetzt. Ich zeige dir, wie ich es benutze. Wow. Jetzt darf ich schießen. Blaster-Kampfstil erhalten. Kel kann zum Kampf den Blaster-Kampfstil einsetzen. Der Blaster-Kampfstil gewährt Fernangriffe und verbesserbare Blaster-Bolzen. Ich beschle�e sie mit denen, wie ich sie mich an. Ich brauche, woher zu gehen. Ah, da geht's. Nicht schlecht, Jedi. Wie lange hast du für S.E.R.? Ich arbeite nicht mit dem Blaster-Kampfstil. Du hast dich mit einem Schwert gehalten, oder? Gut. Ich will einen hinterlässchen. Du konzentrieren dich. Mit der Blaster. Die Drift. Kankstil. Okay. Wer möchtet es? Ja. Wie lief es? Ja. ok doppelklinge kann sie wechseln ich weiß ja nicht ein schwert komm wir machen es mal was soll es das ist eine smart operation sie ist zusammen warum sagst du das all diese rocke natürliche schieße gegen sensoren ja und wenn jemand es über das die ankerite haben viele holoböcke das ist hat hat sie hat sie hat sie hat Hallo, 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 wieso denn vielleicht? Ja, wenn du dann noch da bist, ist die Aussage. So, wir gehen aber hier nochmal hoch. Aber oben ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen was zum Einsammeln. Also hoffe ich. Dann fangen wir nicht durch, glaube ich. Ne, an der anderen Seite verschlossen. Hm, da unten ist die Mantis. Oh, hier haben wir ein Echo. Die Ankunft des Meisters. Ein Anachoret verkündet, dass er durch seine Verbindungen auf dem Pfad erfahren hatte, dass jemand eingetroffen ist, um es hier sprechen möchte. Meister Eno Cordova. Der Jude Cordova. Mhm. Hier kommen wir tatsächlich gar nicht rum, ne? Mhm. Wahrscheinlich geht die Tür da drüben durch einen anderen Grund auf. Hoffe ich. Zumindest wird das Sinn machen. Ja, würde wahrscheinlich Sinn machen. Könnte auch... Könnte auch... Das Geile ist ja, Jedis könnten da normalerweise ohne Probleme runterspringen, ohne dass nie was passiert. Aber Kel kann das nicht. Um was geht das Spiel eigentlich genau? In dem Spiel geht es darum, Sturmtrupplern auf die Fresse zu hauen. Nein. Wir wollen halt immer noch den Orden irgendwie wieder aufbauen und kämpfen eigentlich hauptsächlich nur gegen das Imperium und versuchen die halt irgendwie zurückzudrängen, damit sie ihre Macht nicht so leicht vergrößern können. Darum geht es eigentlich im Großen und Ganzen in dem Game hier. Hier können wir jetzt ausruhen die Bergbank benutzen. Die Blaster können jetzt angepasst werden. Wir können jetzt die Blaster sogar anpassen. Echt jetzt? Gucken wir mal. So, Schlitten. Krass. Da gibt es sogar für andere. EL-44. LW. Krass. Primär. Ja, ein Revolver gehört normalerweise schön dazu. Dunkel. Hmm. KASIK-Farben, ne? Also eigentlich ein Kriegsscheid. Kampfspiel. Ja, also Kampf, ne? Ich würde ganz klar sagen, Kampfspiel. Krass. Krass, ne? schwarzer Gumi, harte Plastrid, und mit Real Holz bleiben wir bei, es muss poliert sein, makellos, ja oder Kampf passt besser, also ja, alles noch beim alten, bleibt so, ja perfekt, ausruhen müssen wir uns nicht, mal gucken, ist Grease schon wieder hier im Schiff, bestimmt, wenn wir jetzt hier drauf drücken, dann ist Grease auf einmal da, mal gucken, hier sind wir, der zerstörte Mond ist ja der neue, hier herreisend, und hier hatten wir noch 26%, 36%, ein Schar sieht aus wie Junge, nein besser, von den Haaren, findest du, Kobo, gut, ich bin meanin' a checkup, auf einen Monk, nein, wir sind da, mal gucken, auf einmal sind sie da, vielleicht sind die Ankerites, nicht so schlecht, nachher, nicht so schlecht, nicht so schlecht, nicht so schlecht, das war bevor, Seer hat mir gesagt, dass sie die peinen Flüchtlinge aus dem Empire helfen, nicht so schlecht, nicht so schlecht, arbeiten mit dem Grupp, der Hidden Path, real hush-hush-duff, so keep it in der Familie, understood, seems like you've got a nice crew, former crew, you know what I mean, do I, so, Cordoba thinks we'll find out how to cross the abyss, by tracking down Dagen's old haunts? that's right, you ever been there? once, used to be a settlement, now it's just a bunch of crumbling stones, spires, and creepy ruins. Sit down, or here. Sit down. Ich hab mich grad hingesetzt, entspannt nicht mal. Okay, auf zwei- cocktails werden, Aber ich θage ich hoff nochmal ober difioreien bloß Gott oberch. Ist noch mal diaper? whoa dead bang der 還有 das hat y he 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 visto das ist mich raus Neue Gespräche drin verfügt. Das ist doch auch schön. Gehen wir hin. Aber neue Charakter. Hä, wir haben doch gar keinen hingeschickt, oder? Habe ich irgendwas verpasst? Hä? Hier. Ich bin Karl Castis. Hallo. Der Stuhl, ne? Ich hörte creepy voices, und ich bin da rausgekommen. Ich werde dir wissen, ob ich keine voices höre, Grease. Wise, Leute. Nicht jetzt, Kal. Ich bin ziemlich sicher, dass Monk reorganisiert mein entire Spice Rack. Aber ich weiß nicht genau, was er verändert hat. Aber ich weiß nicht, was er verändert hat. Hä? Können Sie eigentlich wissen, was er macht? Ja. Ja. Wann ist er hin? Hey, Kal. Good to see you. How long have the Raiders been here? Few years? Not long after I arrived. I don't know a planet in the outer rim, freer Raiders in general, but these Bedlam bastards have changed Kobo forever. Most Hunters know, you call when you need to, and you stop hunting when the Herd gets too low. These Raiders kill for sport, and made a lot of those beasts much more hostile to us. Oh, Alter. Take Shiverpedes, for example. When they lose Habitat, they get territorial and fight back. Same as us, really. Sure enough. Biggest mistake our con never made was thinking we are any different. Und wieder aus. Ich bin sowohl wieder da. Ich bin sowohl wieder da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 All right. Grog, der Handwerker und Mechaniker Grog sucht gemeinsam mit seiner Partnerin Dana auf Kobo nach Schätzen. Dana ist eine gewiefte Gaunerin und stets darauf bedacht, mit ihrem Partner Grog den großen Coup zu landen. Und das Gespräch verendet. Was war gerade mit Biddy los? Das war eine komische Bewegung, die er da gerade gemacht hat. Er hat sich noch nie bewegt. Was? Thinking about it. Wouldn't hold your breath though. So what did you do before you came here? I used to perform in a medicine show. I was required to dress in garish outfits and read fortunes while others would scam the audience. Sounds a little demeaning. Yes, but the experiences we carry always have a use, Sojourner. When I arrived on Kobo, I noticed a charlatan trying to swindle someone with fool's priorite. How'd you know? He wore long sleeves in the heat. Sleight of hand, huh? I saw a merchant on Corellia do that. An old trick. Well, I stopped the sale and Doma has been grateful ever since. In the swindler? Tried the trick on the raiders, so I hear. And sealed his fate. Sojourner, you smell of smoke and sand. I should take another shower then. Talk to you later, Tulakt. Okay. What's going on? Cool. You know anything about the High Republic settlement off towards the swamps? Well, of course. The whole area was devastated when the moon fell on it. You're heading there, aren't you? Yeah. Need some information from the ruins. What's your step? Rockfall is a big problem. Unless increasing your friction coefficient is another one of your talents. That was a physics joke. Okay. Next for the warning. Oh, local legend holds that those ruins are chock full of ghosts. Of course, I would not believe in that kind of thing. But you tell me if you saw one, yeah? You bet. You bet. Klar, 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 klar. The muck is very good. So how did you end up on the wrong side of the law? After my studies, I worked in the Republic Tax Collection Agency investigating revenue disputes. You were a tax collector? Sounds pretty legitimate so far. Drearily legitimate. But it did introduce me to a steady procession of people desperate for things to shake out in their favor. So to speak. And you helped them out. For a price. Yes. But my fee was nothing compared to the price they paid at the hands of a corrupt system. Whatever you say, Moran. Another time. Another time. So how'd you become a music producer? I was born on Riosa. In the Inner Rim. I've heard of it. Lots of heavy industry. Yeah. You couldn't escape the factories. So I used to make little tunes out of the noise from them in my head. You started early then. And never stopped. Hey, Kel. Let's talk another time. My mind's racing with ideas right now. Okay. What are we feeling like? How about this? Let's try this one. I know you like this one, buddy. Okay, let's listen. I'm thinking... this one. I'm trying to... Let's hear it. Let's change the tempo. er kommt nicht mal zu uns Monk donnt für die johannes aber wir gehen mal in die tage höher unser angler ist weg sie Ich habe das Gefühl, aber ich sollte die ganze Nacht sehen. Ja, natürlich. Gut, dass ich die Stühle herunterfahre. Und bitte, lass mich wissen, ob du etwas findest. Bleib sicher. Bleib ein Blick für mehr Raiders. Oh, ich will. May the force be with you, Cal. Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Ach, wir haben ja nur noch zwei. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Wir hatten ja schon was gekauft. Wie kann ich das wirklich sauber machen? Cal. Schau, schau an den Saloon. Mark's been really busy. And I helped by staying out of the way. Did you know there's even a garden on the roof? Yeah. You know what I like about plants? When you talk to them, they can't just walk away. I wish I could be a fearless warrior like you. But I can't. So I'm glad you're around. A good turtle. Da solltest du vielleicht mal drüber nachdenken. Hey Sig. What's going on? Enjoying the view? Not often we get this much of a crowded pilot. Hey there. Hey there. Was haben wir hier? Ich glaube hier war nichts mehr, ne? Ne, hier geht's nur noch runter. Wir gehen aber mal aufs Dach. Mal zu unseren guten Pflanzen. Guck mal auf den Weg. Und mit dem mach ich nichts falsch. Gartenarbeit. Ah, die brauchen noch ein bisschen. Okay. Ah, die brauchen noch ein bisschen. Wo geht der hin? Wo geht der hin? Hm. In keinem besonderen Ort tatsächlich. Okay. Dieser riesen Vogel.